Oh, hier ist ein Enderman hinter der World Ball. Hab ich mich gerade erschrocken? Was machst du? Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zur neuen Folge Bloody Cave. Und ich bin ganz nervös. Wir haben vorhin reingeschrieben, dass wir auf dem Server sind. Und ich weiß nicht, ob jemand kommt oder nicht kommt oder was hier jetzt passieren wird in der nächsten Zeit. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir noch mehr, 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 mehr farben müssen. Wir hätten am nächsten Mal unser Eisen rausnehmen müssen, mein Freund. Oh, unser Gang zurück ist zu. Ja, aber da hat keiner gefunden. Ja, da ist jetzt die World Ball. Dann muss ich jetzt hier weiter nach Bäumen suchen. Wir waren ja letztes Mal wieder dabei. Dann such du mal weiter. Aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Aber da haben wir schon eine Stelle. Je weiter wir ins Innere kommen, gibt es keine Bäume mehr, glaube ich. Ich glaube, wir dürfen nur nicht so tief. Okay. Okay. Wie mehr Bäume du findest, desto besser ist es. Weil Bäume... Ich habe einen Baum gefunden. Ich habe Kohle gefunden. Das ist schon mal gut. Synchronisation, mein Freund. Ja, das sage ich immer vor meinen Aufnahmen, bevor ich die Spuren direkt übereinander legen kann. Also nehme ich in OBS auch meinen Ton auf. Oh, dann haben wir die eine Folge doch ein bisschen überzogen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ach, ist egal. Ach komm, wir werden nicht dann sterben. So, 10 Minuten. Oh, ich auch nicht. Dann wird die Folge halt ein bisschen kürzer. Die letzte war länger. Wir verwenden die Leute eh viel zu sehr mit unserem Unterhaltungswert. Ja. Oh, hier ist ein Enderman hinter der World Ball. Habe ich mich gerade erschrocken. Was machst du? Was ist los? Alter, machen wir nicht alle. Der Enderman hat sich gerade durch die Wand teleportiert und stand auf einmal in meiner Fresse. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Oh, ich bin gerade richtig zusammengezuckt. Das mache ich in Zeitluft, bevor das nächste wie ich dich hier... Oh mein Gott, ich dachte so, guck mal, haha, du kannst mir nichts anhaben. Auf einmal springt das viel mir ins Gesicht. Oh. Nein, bisher hat der Schaden gegeben. Oh. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. Weißt du eigentlich, wie viele Emeralds wir hier schon haben? Meine Fresse, Alter. Ja, ich habe schon zwei Stück gefunden. Wenn du vielleicht nur noch Bäume finden könntest, würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Mein Herz. Nice. Weißt du, wie viele Sticks wir da schon kriegen? Das reicht wieder für zwei Emeralds. Nee, ich habe nur acht Holzmänner drin. Oh cool, ich habe eine Enderperle gefunden. Ja, also er hat eine Enderperle gefunden. Ernsthaft? Aber das bringt uns ja nichts. Weißt du, wie geil die ist? Ja, aber wenn wir in der Mine, dann müssen wir auch den Gang, beziehungsweise den Platz dafür haben. Mentor simuliert die da. Creeper. Hier ist ein Creeper. Hinter der Wand. Okay, Appi. Nein, mein Herz klopft richtig gerade. Ich habe mich richtig verjacht, du. Oh man, aber hier, so eine Enderperle, dafür brauchen wir auch den Platz, um uns zu teleportieren, ne? Ja. Haben wir uns hier schon gerade ausgegraben? Da hinten ist ein Skelett. Warte mal kurz. Gehen wir ganz kurz hin. Vielleicht kriegen wir einen Bogen. Skelette droppen wir auch Bogen, oder? Bögen auch, oder manchmal? Die sind meistens immer relativ kaputt. Oh, hier ist noch alles gelebt. Ja, ist ja egal, da hat sich auch einen Bogen. Und wenn wir mehrere haben, dann... Noch ein Creeper. Alter, was geht hier ab? Wie ist die Eskalation hier bei mir? Gravel, Gravel. Ey, wir können Gravel... Er kommt, der Creeper. Das ist nicht so schön. Hört sich ziemlich pervers an, was du da machst. Na komm. Ja, ich weiß. Geiles Stück. Der Creeper und ich, wir haben... Red ruhig, red ruhig weiter, ja? Ich höre dir zu. Ja, ich muss mich gerade konzentrieren, weil ich den Creeper nämlich töten will. So, habe ich geschafft. Alles gut. Weg, weg, weg. Okay. Das kann auch weg, das kann auch da rein, das kann auch das, 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 das. Das kriegen wir für Dirt eigentlich auch, ähm... Ne, ich kriege nicht. Wir haben noch den Potion of Healing, der ist auch ganz gut. Wir sollen, ähm, die Leute haben gesagt, wir sollen unsere... Ja. Wo sind die? Ja. Oh, die haben wir nicht mehr. Unsere Kakaobohnen sollen wir anpflanzen. Die sind aber irgendwie nicht da. Wir haben zehn Emeralds in der Kiste. Hast du... Ja, hast du die Knochen letztes Mal eingesammelt, ne? Mein Freund. Kannst du mir die Knochen geben, dann mache ich Bäume. Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Ja, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Für die Bäume? Ich will mir die nur abholen. Alter, das ist eine gute Idee. Lass mal so viel Platz machen, und dann gucken wir mal, ob die Bäume wachsen. Verstehst du, was ich meine? Hier, zehn Knochen. Zehn. Probieren wir das mal. Warte mal, ist hier genug Platz? Ich habe kein Dirt. Ich habe kein Dirt. Dann versuchst du mal, einen Baum zu verletzen. Okay. Äh, ich habe Dirt, ich habe Dirt, ich habe Dirt. Hier, guck mal, hier geht's richtig... Da geht's nach oben. Komm mal, mach mal nach oben. So, hier bauen wir das noch alles zusammen. Genau, okay. So, warte. So. Okay, auch kurz weg. Jo, das ist doch gut. Pass auf, wir sind überall Viecher gerade gewesen. So, ich mache mal nur ein Dirt, ein Dirt reicht, oder? Okay, hier ist der gut, ne? So, hier, guck mal, habt ihr ihn gepackt. So, wie überhaupt das geht. Setz mal ein Setzling rein. Warte, mach mal Fackeln hin, ich mach mal Fackeln hin. Brauchen wir gar nicht mehr, wenn der Licht hat, zum Maxen. Ich habe jetzt drei Knochenmehl draufgeballert. Es passiert aber nichts, ne? Nö, es passiert nichts. Warte. Na gucken, ich will noch ein bisschen mehr Platz schaffen, oder so. Ja, aber nicht zu viel Knochenmehl verbrauchen, weil das können wir vielleicht noch für was anderes nutzen. Ich habe jetzt drei Knochenmehl verbraucht. Wäre halt schon nice, wenn wir natürlich dadurch, äh, Wäume wachsen lassen können. Leider nicht. Wow! Oh, hier, du hast Eisen hinter dir übersehen. Zack. Ja, aber auch nicht schon genug von, eigentlich. Du kriegst ja keine, keine Smaragd dafür. Höh. Ich habe gerade die Lava hingesetzt. Ich weiß, ich bin cool. Ich habe richtig swag. Boah, Alter. Fünf Minuten nur noch. Alter, man schafft nie was, ne, wenn wir aufnehmen. Ist richtig übel. Hm. Die Kiste leer machen. Ich hoffe, ich mache mal kurz, ne, die, ne, kurze Zusammenfassung machen. Zusammenfassung, du machst mal aus all deinen Sticks mal bitte jetzt, äh, noch eine Rats. Ja, wenn ich dann irgendwann hochkomme, weil du den Gang so schmal gebaut hast. Da ist ein Creeper, da kannst du ja auch noch töten. Okay, du, du kriegst mir lieber in die Nahe. Gut, gut. Oh, ja, los. Ich könnte dich hauen, das wäre lustig. Schade. Ähm, das ist das Holz. Hier ist das Holz. Ja. Der Creeper kommt hoch. Ah. Zack. Zack. Okay, wir haben jetzt 27 Emeralds. Warte, gib mal den ganzen Cobblestone noch, dann kann ich aus dem Cobblestone noch, ähm, ich habe hier, guck mal, hier habe ich dir noch Red, Redstone hingelegt. Nimm mir das Redstone. So, ich kann einen Emeralds machen. Ne, zwei, zwei Emeralds. Sind da noch Sticks drin? Na, uns fehlen zwei, um noch mehr, ne, warte, warte. Ah. Machen wir das so, dann kann ich hier. Ähm. Ähm, ich habe drei Emeralds gekriegt dadurch. Ja. Wo, du durch die Sticks? Ja, das ist geil. Also die Sticks, das funktioniert richtig gut mit den Sticks. So, ich packe jetzt erstmal alles in die Kiste, um dann, damit wir mal kurz einen Standplan machen können, was wir alles haben. So. Ich habe gerade zehn Moorrüben eingetauscht, ich hoffe nicht, dass wir das bereuen werden. So, das ist da alles, was wir haben. Wir haben noch mehr genug Seeds und genug Bone Meals. Warte. 32 Emeralds haben wir zusammen. Oh, nice. Wo ist eigentlich unser Diamant? Hast du den? Was denn? Wir hatten noch einen gemacht, oder? Äh, haben wir Diamanten? Okay, gut. Nein, haben wir nicht. Ich hatte gerade Panik. Ich hatte gerade Panik. Wie du das einfach... Dass wir den verloren haben. Ach so. Lass mal gucken, lass mal kurz gucken, was wir schon für die Emeralds machen können. Wir können jetzt eh nicht mehr viel farm. Ähm, wir kriegen auf jeden Fall, ähm... Für 20 Emeralds einen Diamanten, Alter. Ja, aber dann hätten wir schon mal einen. Wir hatten fast zwei Diamanten. Das wäre ein Diamantschwert. Das ist schon mal was wert, ne? Ja, immerhin. Toll. Witzig, witzig. Hahaha. Ja. TNT. Hätten wir noch. Ähm, wir hätten noch Spinnenweben. Äh, Battle of Enchanting. Also, für Erfahrungspotions. Ne, ich finde eigentlich... Sieht doch eigentlich recht gut aus, was wir hier haben. Was wir machen können bis jetzt. Oh, ein Skelett. Ja, das geht so. Hallo. Na, wie geht es dir, mein Freund? Ja, jetzt haben wir wieder acht Knochen. Ich würde sagen, wir machen schon mal die Box leer, oder? Bevor wir das gleich vergessen. Ja, mach. Also, nimm schon was Wichtigstes daraus. Du kannst das Messer schon mitnehmen. Oh, warte. Ich kann noch... Jetzt, äh, nochmal Redstone machen. Ähm. Ja, ich versuch gerade auch noch hier, äh, Redstone zu machen. Also, hier Zeug zu farmen für Redstone. Also, ich finde, wir sollten echt mit diesen Bäume farmen. Sollten wir wirklich weitermachen. Das ist, glaub ich, ganz gut. Okay, ich habe noch, ich habe noch einen Emerald machen können. Sehr schön. Ach nee, warte, das war der Richtige. Ich habe noch einen Emerald gemacht. Jetzt haben wir 33 Emeralds. Kohle packe ich noch ein. Den Apfel packe ich noch ein. Das packe ich noch ein. Kohle, das. Ähm, da ist nicht mehr viel in der Kiste, aber... Ähm, das solltest du dir vielleicht noch rausnehmen. Da sind noch ein paar wichtige Sachen drin. Zucker ist noch drin, Holz ist noch drin. Hier ist irgendwo ein Zombie. Okay. Okay, wie lange haben wir noch? Ja, ein und eine halbe Minute. Höchstens eine Minute noch. Ja. Ja, ich fahre noch ein bisschen den Cobblestone. Ja, ich fahre auch noch irgendwas. Aber das Ding ist, hätten wir das PvP-Event gewonnen, dann hätten wir jetzt auch 62, ähm, 62. Ja, hätten wir jetzt noch. 62 Emeralds, ja. Aber wir sind gar nicht so schlecht dabei, so nicht. Ja, also eigentlich, abgesehen vom PvP-Event, nö, das ist in Ordnung. Das nächste am Samstag, also hast du die Diskussion gelesen? Das nächste am Samstag, was da ist, das könnte man ja vielleicht auch nochmal. Gewinnen. Das war, glaube ich, one in the chamber, falls du weißt, wie das geht. Ist das was für dich? Ja, die letzten habe ich, äh, die letzten Events, ich meine, es gibt ja, okay, es gibt drei Runden. Ähm, davon kannst du ja, der Apfel liegt noch hinter dir hier, ne? Du könntest ja theoretisch auch noch eine Runde machen, also jeder eine Runde. Und dann gucken wir einfach, wer besser abgeschnitten hat. Okay, ja, ich hab hier gleich noch, ähm, nochmal. Hier liegt noch ein Ding, ne? 30 Sekunden noch. Und klingend? Ein Apfel. Genau. Ein Apfel. Aber Gold haben wir ja nicht, das heißt, wir wollen uns Goldapfel machen. Das kriegen wir doch auch irgendwie. Ähm, wie viel Redstone hast du? Ja, wir kriegen ihn aber nur nicht Emeralds, deswegen. Äh, Redstone habe ich 14. Warte, ich geb dir mal 25 Redstone noch dazu. 10 Sekunden. Ja, okay, gut. Wir hauen nochmal ein bisschen Willi und Bombo hier. Okay. Willi und Bombo. So, gut. Lol. Okay, los geht's. Irgendwas läuft auf meinem Facebook. Achso. Gut. Okay, gut. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.